Mit Kryptowährungen kann man Dinge bezahlen, also ähnlich wie mit normalen Währungen wie dem Euro. Trotzdem sind sie ganz anders. Zum Beispiel gibt es von ihnen keine Geldscheine und keine Münzen. Man kann sie also nicht im Portemonnaie herumtragen. Denn es gibt sie nur digital, also im Internet. Da kann man sie auf eine Art Konto legen und von dort an andere überweisen oder damit bezahlen. Die bekannteste Kryptowährung heißt Bitcoin. Damit kann man zum Beispiel Geld an Verwandte schicken, auf einigen Online-Spielseiten und in einigen wenigen Läden oder Cafés bezahlen. Die meisten Geschäfte in Deutschland akzeptieren allerdings bisher keine Kryptowährungen. Aber warum will das denn überhaupt jemand haben? Das hat den Grund, dass man für normale Währungen wie den Euro Banken braucht. Zum Beispiel braucht man ein Konto bei der Bank, um bestimmte Dinge bezahlen zu können. Und das kostet oft Geld. Genau das wollen Fans von Kryptowährungen nicht. Sie vertrauen Banken oft nicht und wollen auch kein Geld dafür bezahlen. Bei den Kryptowährungen braucht man keine Bank, sondern passt sozusagen selbst auf sein Geld in seinem Internetkonto auf. Die Fans von Kryptowährungen hoffen darauf, dass man irgendwann mehr damit bezahlen kann. Ob das aber wirklich passiert, ist völlig unklar. Ich habe das, was ich gerade namentale, anteren Deutschland mit Freude und Geld noch nicht 400. Dann ist das, was Sie nehmen.